Für mich bist du endgültig gestorben. Punkt. Oh, ist da gerade die Arme abgeflogen? Oder war das überhaupt Tanja? Deine Herrschaft ist vorbei, Sjöndel. Ich weiß noch, was für ein kränklicher Junge du warst. Wie dein Vater kämpfen musste, damit du gesund wirst. Und nun spuckst du zum Dank auf seine Ideale. Deine Revolte zerstört, was ihm lieb und teuer war. Ja, endlich kommt es zum Kampf, auf den wir gewartet haben. Müssen wir ihn noch gewinnen. Sonst wird seine Revolte vermutlich noch Erfolg haben. Aber man sagt ja dann, das wäre ja dann im Prinzip so, als wenn wir sagen, je mehr sich die Dinge verändern, desto gleicher. Desto gleich bleiben sie, desto gleicher bleiben sie. Jetzt habe ich schon Probleme mit meiner eigenen Grammatik. Mann, was ist los? Du hast mich und das Reich im Stich gelassen. Deine Familie ist auf ewig besucht. Ja, ich glaube, sein Ruf und seine Familie, die sind ihm gerade so ziemlich scheißegal. Also das, ich glaube, das war bei dem guten Schau noch nie irgendwie irgendwo von Bedeutung. Ja, vielleicht in dem zweiten Mortal Kombat Film, wo sein Vater Shinnok ja ist. Und ich glaube, von Rainer Schöne wird er gespielt. Mit dem Schauspieler. Ja, von wie noch sonst. Aber naja, egal. Wir müssen jetzt schon wieder diesen verdammten Fadell-Bow über uns ergehen lassen. Und falls wir... Ne, wir haben noch nicht genug Schaden genommen. Sonst hätte ich mich jetzt dafür revanchiert. Jetzt können wir es. Und jetzt revanchieren wir uns dafür. So, und gewinne damit diesen Kampf. Mit Limei an unserer Seite. Und das wird nochmal richtig schmerzhaft für deine Gelenke. Schön. Ich unterbreche ungern. Aber wir müssen eilen, um das Erdenreich zu retten. Ist das ein Befehl meines Schöpfers? Nein, Majestät. Es ist der Wunsch eines Freundes. Große Armee. Fast schon, die wir da versammelt haben. Aber okay. Wir sind bereit. Und die Seelenräuber. Lass sie laufen. Die gesammelten Seelen sind sicher noch von Nutzen. Und die Seelen sind sie mit der Ecke. Und die Seelen sind sicher. Und die Seelen sind sicher. Und die Seelen müssen sie laufen. Und die Seelen sind gesund. Aber hier sind sie sehr, sehr hochgerätig. Und die sich dann mit der Ecke, Ja. Ja, wir haben auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe da, mit vielen fähigen Kämpfer und Kämpferinnen beisammen. Oh je. Bleib hinter mir Prinzessin. Nein, wir kämpfen zusammen. Nein. Was ist? Meine Reppen. Sie sind wohl gebrochen. Nein, Tanja, bleib unten. Diesmal beschütze ich dich. Wir sind Börmen. Widerstand ist zwecklos. Einen Schritt näher und ihr bekommt meine Klingen zu spüren. Wir sind viele. Du bist eine. Eure Seelen gehören bald zu unserer Sammlung. Das kannst du knicken, Alter. Wieder mal müssen wir uns Ermex stellen. Die Ansammlung aus Seelen. Ich wollte vorhin noch sagen, die Gegenseite hat natürlich auch viele fähige Kämpfer. Aber wir dünnen sie immer mehr und mehr aus. Um an unser Ziel zu gelangen. Jetzt sind wir als Melina unterwegs. Für die, die es noch nicht gemerkt haben. Nein, aber ja. Hat auch einen bestimmten Grund. Denn von denen, die in unserem Squad versammelt sind, ist das eine der wenigen, die wir bisher noch nicht gesteuert haben. Aber gut. Das war die erste Runde. Komm, die zweite holen wir uns jetzt auch noch. Mit Melina habe ich noch nicht so häufig gespielt bisher. Muss ich auch mal nachholen. Aber viele ihrer Techniken sind relativ ähnlich wie den zu Mortal Kombat 11, wo sie ja als sehr, sehr später Charakter im letzten DLC-Pack mit dazu kamen. Hat auch in der Storyline keine Rolle gespielt. Aber der Aufschrei war halt immer groß. Alle wollten sie dabei haben und irgendwann hat man sie dann ganz am Ende noch hinzugefügt mit John Rambo. Meine bestimmt nicht, Rack. Aber gut. Fantastisch, Melina. In einem anderen Leben wärst du sicher um Gadi. Ich ziehe dieses vor, liebste Tanja. Wir müssen weg. Schnell. Ah, das klingt nicht gut. Melina, warte. Äh, oder? Vater. Vater, bist du es wirklich? Ja, Melina. Dieser Körper besteht aus den Seelen des lebenden Waldes. Meine war auch da. Dein Angriff hat den Zauber gebrochen, der uns hält. Jetzt habe ich die Kontrolle. Vater. Du bist um Gadi, aber nicht Limee. Ich ersetzte sie nach eurem Tod, Majestät. Sie verließ den Orden, statt ihre Strafe anzunehmen. Strafe? Es war nicht ihr Fehler. Lass uns später darüber reden, Vater. Wir müssen los. Eine sehr interessante Wendung, die auch so ein bisschen während der Story mal kurz angedeutet wurde. Hätte ich auch fast da an der Stelle zu viel geplappert. Aber wie er ja schon gesagt hat, die Seele von Jared war auch in dem Wald mit drin und hat nun dank Melina die Kontrolle über Ermek gewonnen. Jared? Ja, Sindel. Ich bin es. Wie ich dich vermisst habe. Sei gegrüßt, Jared. Liu Kang, mein Freund. Schön, dich zu sehen. Gut, dass du zurück bist. Unsere derzeitige Situation ist wieder einmal ernst. Und wieder werden wir sie überstehen. Meine liebste Sindel. Ich stehe dir zu Diensten. Da haben die Magie von Quan Chi ja doch mal was Gutes bewirkt. Man mag es kaum glauben. Naja, aber wie er schon gesagt hat, die Situation ist extrem ernst. Bei dem, was wir hier sehen. Denn diese Armee der Statuen... Wieso merken sie nicht, dass die Seelenräuber abgeschaltet sind? Wir befinden uns tief im Berg. Hier drin merken sie das nicht. Da hoffen wir, dass es so bleibt. Ja, diese Statuen mit denen wird wohl nicht zu spaßen sein, wenn die alle aktiv sind. Sieht, wie sie intrigieren. Wir lassen nicht zu, dass sich die Geschichte wiederholt. Wir brauchen die Krone. Ohne sie wird es keine neuen Krieger geben. Unsere Chancen sind besser, wenn wir sie umstellen. Ich lenke sie ab. Und ihr bringt euch in Position. Überlasst das mir. Und dennoch bist du frei. Ah, der General brauchte Hilfe aus dem Inneren. Er bekam sie von mir. Die Thronerbin gibt den Thron leichtfertig auf. Tja, ich wollte diese Bürde nie. Das Reich bleibt besser in General... Imperator Shaos Heng. Das Zeug von großer Reife. Die Außenwelt profitiert von deiner Weisheit. Ja, Shengsu, so ist es. Aber nicht ganz so, wie du es erwartest. Hätte mich jetzt... Ja, wollte er schon sagen, hatte ich auch beim ersten Mal gedacht, das kauft er doch nicht wirklich ab, oder? Aber ja, für einen kurzen Moment Ablenkung hat es anscheinend gereicht. Mehr sollte das wohl auch nicht werden. Gewagtes Spiel, Prinzessin. Eine durchaus beeindruckende Leistung. Wer hätte das von ihr gedacht? Ihr zählt zu jenen, die an mir zweifeln. Dann zähle ich euch zu den Toten. Auf geht's. Ja, wieder einmal müssen wir die tödliche Allianz aus den Socken hauen. Und wieder einmal werden wir das mit Sicherheit auch schaffen. Ich bin da guter Dinge. Ja, ähm... Was wollte ich vorhin noch sagen? Irgendwas lag mir gerade noch auf der Zunge. Jetzt fällt es mir wieder nicht ein im Zusammenhang mit der Story. Aber egal. Konzentrieren wir uns auf den Kampf. Verlieren will ich den nicht unbedingt. Ja, als ob. Als ob wir ihm die gehen werden. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt unbedingt ein Verräter ist. Naja, in dem Sinne, er begeht ja eigentlich mit jeder seiner Tat Verrat. Er lügt sich irgendwo ein und im Endeffekt natürlich alles für sein eigenes Wohl. Ist ja ganz klar. Sonst wäre er nicht Shang Tsung. So wollen wir ja Shang Tsung auch haben. Obwohl er als... Ja, na gut. Das ging vorbei. Obwohl so als betrügerischen Händler hat er diese Ader auch immer noch dann mehr so auf einer kleineren Ebene natürlich. Aber was soll's. Wir haben ihn besiegt. Die Außenwelt im Stich zu lassen hat Konsequenzen. Ja. Die wirst du jetzt spüren. Tja. Dank der Prinzessin ist dieser Kampf beendet. Der Kampf vielleicht. Der Krieg nicht. Wohl wahr. Bis deine Gönnerin gefasst ist, bleiben die Reiche in Gefahr. Wer ist sie, Zauberer? Wenn man vom Teufel spricht, Lu Kang, das ist Damashi. Damashi. Damashi? So Name hab ich noch nie gehört. Hä? Du musst dich geirrt haben, Zauberer. Was zum? Du bist nicht, Damashi. Du bist ich. Genau gesagt. Bist du ich. Ein trauriger Abklatsch. Erschaffen durch Lu Kangs Pfuscherei. Was geht dir vor? Wer ist das? Diesen Shang Tsung bekämpfte ich für das Stundenglas. Ah ja. Ich hielt ihn für tot. Verdammt nochmal. So wie ich dich, Lu Kang. Unser Kampf setzte gewaltige Energien frei, durch welche die Zeit zerriss. So brachte der Kampf zwei Ergebnisse. Einmal war ich der Sieger. Einmal du. Es dauerte Äonen, bis mir das klar war. Dann wusste ich, wohin mein Weg mich führen wird. In dieser Gestalt infiltrierte ich deine Zeit. Ich nahm diesen Abschaum und verlieh ihnen große Macht. Gemeinsam säten sie Zwietracht unter den Reichen und versammelten für mich meine Drachtenarmee. Ich ließ sie glauben, sie würden bei der Eroberung von Erdenreich und Außenwelt helfen. Aber ich werde alles Leben in dieser Zeitlinie auslöschen und sie mit meiner verschmelzen. Versprachst uns Reiche. Nun lässt du uns abschlachten. Ihr seid Bauer. Nicht mehr. Ihr wart sehr hilfreich. Und jetzt werdet ihr geopfert. Wir haben dir gedient. Die Drachenkrone geschaffen. Das hier ist ein Spielzeug. Um die Drachenarmee zu kontrollieren, brauche ich nur die Sehnen darin. Lebe wohl, Liu Kang. Dich und deine Zeitlinie wird niemand vermissen. Oh man, heilige Scheiße, ja. Ja, wir sehen bekannte Gesichter. Heilige Scheiße, ja. Das habe ich nicht kommen sehen. Und tatsächlich ist es ja auch so. Bei Mortal Kombat 11 Aftermath kann man ja das Ende auswählen. Oh nein. Ja, ähm. Was wollte ich gerade sagen, genau. Also man kann ja da das Ende auswählen am Ende von Mortal Kombat Aftermath. Und ich hatte das echt nicht auf dem Schirm, dass sie das dann so clever wirklich hiermit integrieren. Denn tatsächlich, man kann ja auch am Ende auswählen, dass Shang Tsung gewinnt. Und das wäre dann diese andere Zeitlinie, die jetzt hier existiert. Neben der die Liu Kang geschaffen hat. Und ja, der gute Shang Tsung hat sich einmal die Sindel, die, ähm, Sindel hergeholt, die als, äh, ja, in seiner Zeitlinie wahrscheinlich ähnlich, ähnliches vollfühlt wie in der von Kronika in Mortal Kombat 11. Nämlich eine gnadenlose Herrscherin an der Seite von Shao Kahn ist. Und den korrumpierten Ra-Raiden, Gottverdammt nochmal, ja. Den, äh, wir zu Genüge auch in Mortal Kombat 11 kennen. Der am Ende von Mortal Kombat X entstanden ist. Der das Erdenreich, äh, ohne Kompromisse nicht nur verteidigt, sondern auch als Eroberer hinausziehen wollte, um andere Reiche eben zu erobern. Aber ja, das ist auf jeden Fall keine gute Wandlung der Dinge. Das war alles eine Fassade von dem echten Shang Tsung, der den, äh, Hofmagier Shang Tsung zu seiner selbst machen wollte. Natürlich nur zu seinem eigenen Gut, ist ja ganz klar. Oh man, ähm, ja, das gibt dem Ganzen jetzt natürlich noch eine ganz andere Verkettung von Ereignissen. Und wir werden mal sehen, wie es weitergeht. Der neue Shang Tsung hätte mir Schergen schicken sollen. Das ist ein Zungenbrecher. Hahaha, tritt vor, wenn du dich traust. Ich werde Raidensberg beenden. Ja, und dass die Sin, der mächtig ist, das muss ich nicht großartig sagen. Die hat ja im, am Ende von Mortal Kombat 9, ja, mal so ziemlich alle zerlegt. Bis auf Liu Kang und Raiden und, äh, ja, Johnny Cage und Sonja. Aber sonst alle hat sie ja vernichtet und quasi zu Wiedergängern gemacht. Aber gut, ähm, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, denke ich, ist mal ein ganz guter Zeitpunkt, um eine kleine Pause einzulegen. Erstmal diese ganzen Geschehnisse hier so ein bisschen sacken zu lassen. Das ist schon eine heftige Ausnummer auf jeden Fall. Also mich hat, ich hab da echt nicht dran gedacht, dass die das so machen werden. Aber ist natürlich sehr, sehr clever. Und somit sind ja beide Enden von Mortal Kombat 11 Aftermath quasi canon, ne? Ist schon clever gemacht auf jeden Fall, wie ich finde. Ja, ähm, wir werden sehen, wie das Ganze beim nächsten Mal weitergeht. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß soweit. Ich hatte es auf jeden Fall. Und, äh, vielleicht ihr auch. Und, äh, ja, dann würde ich sonst sagen, wie immer, danke fürs Dabeisein. Und, äh, an dieser Stelle heißt es dann wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming! Und, äh, wir werden sehen, wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal.